apropos nächste folge also ich werde jetzt natürlich ohne zu sterben was das hört doch auch wieder auf ist ja ist gerettet jetzt auch dabei ganz sicher waren das heißt auf der anderen seite gibt es noch mal das gleiche in die bild die farbe einfügen so Oh, ist da. Achso, bloß Rüstung. So, dann ging es hier nochmal das Gleiche. Alter, wie witzig, das dachte ich einfach so schnell durchrennen darfst. Ach du Scheiße. Hä? Was ist denn Scheiße? Wow, da dachte ich, ich bin einmal richtig cool und renne einfach so durch. Egal, ich bin halt halb cool. So, dann müssen jetzt eigentlich alle Gegner kommen. Ich halte mich alle schon nacheinander aufreihen. Wie gesagt, die Waffe geht ja immer durch alle Gegner durch. Wie man sieht, alle Gegner tot. Ja, das ist so ein bisschen geil an der Waffe. Das ist tatsächlich... ...Modernität. So, okay, wir haben alle. So, was muss ich denn damit nicht so komisch rau machen? Ah, einmal anklicken. Oh, da öffnet sich gerade eine Treppe. Oh, da unten sind welche von meinen Lieblingsviechern. Oh, da ist eine Geheimtreppe. Wofür geht die denn nicht? Hä? Ach so, nur weil es hier rauf geht. Ah, okay. Ja, diese Schwänze, die da sind, das sind tatsächlich Gegner. Wenn man durch dieses Wasser geht, da könnte sich random voreinstellen. Also, tauchen dann einfach auf. Erstens blocken sie dann damit natürlich ein. Und zweitens machen sie den B-Ler an. Also, Nahangriffe. Und es gibt auch später welche, die können quasi sich aus dem Wasser erheben. Und, also wenn du irgendwo langläufst, kommt die aus dem Wasser raus. Und spuckt nicht einmal an. Dann halt Fernangriff quasi. Und weil die halt im Wasser sind, natürlich als Art Überraschungsangriff. Ach, du Scheiße, sollt ihr mich ficken? Ach, du Scheiße, ja, wir ficken dich. Alter, bin doch gerade aufgewischt. Und wie kann ich hier kaum komplett nicht laufen? Der braucht ja ewig, bis er sich bewegt. Was ist denn da los? Gut, wir sind voll. Äh, Icon of Defender. Was jetzt? Ich muss zugeben, ich war in diesem Raum noch nie. Ich habe keinen Plan, was hier gerade abgeht. Was zur Hölle? Muss ich jetzt hier wieder raus? Oder gibt es noch mal ein Ende? Ich würde gerne nach Hause. Ah, wieder neue Gegner gespawnt. Und... Das ist ja hier irgendwo, wo wir anführen. Das Ganze. So, hier haben wir wieder so ein bisschen Ausblick. Aber ich sehe auch nicht mehr als davor. Ähm... So, keine Ahnung. Ah, okay. Wir sind wieder in der Hauptbahn. Im Haupt. Okay. Nochmal das Gleiche. Weil das mit den Dinger hier ist, kannte ich, dass wir aufgehen. Aber hier ist nie was passiert. Ich dachte mal, hier gibt es einfach nur diese kleinen Fläschchen und so, dass man da drinnen... Das hat mich noch... Nie irgendwie gehabt. Muss ich ja mal so zugeben, wie es ist. So, die Frage ist, haben wir jetzt hier alles kommt. Ist ja... Kommt, ich verschwinde einfach. Das ist mir einfach ein bisschen zu heftig. So, hier mussten wir die alle besiegen. Also diese drei Typen müssen wir besiegen. Denn sobald die drei Typen da mit den Schildern weg sind, kommen wir nämlich um links auf das Podest darauf. Ah, seht ihr? Die drei sind tot und schon hatte ich hier so ein Ding geöffnet. Ah, siehst du? Hier gibt es ja noch ein Secret. Und zwar... Da unten. Und zwar kommt gleich ein Item, das man bereits aus der anderen Welt, wollte ich gerade sagen, kennt. Aber es ist ja nicht eine andere Welt, sondern ein anderes Game. Also aus der Welt, die ihr kennt. Was war das gerade? Äh, Click Save, ja. Oh Gott, da haben wir schon wieder... äh, schon viele Items. Hä, war es gerade eine Waffe? Na, Mensch, mal. Geh mal weg jetzt, hier weg. Nö, was war denn das Rote? Boah, was war denn das Rote gerade? Ich habe noch gerade irgendwas... Das war Munition, kann das sein? Ist auch egal. So, ähm... Heute sieht es sich, das da. So, damit haben wir die erste Hub hinter uns gelassen und kommen wir nun in der zweiten. Und ab der kenne ich mich nicht mehr aus. Also, ne? Das ist jetzt genau das... Ach, scheiße. Ne, okay, doch, die kann ich doch noch ein bisschen. Äh. Ich habe es doch mehr Habs, als ich dachte. Aber die hier ist ultra scheiße. Das dauert mal mit den Viechern, ey. Ist ja schlimm. So, weil hier ist nämlich ein großes Rätsel, man muss sechs Schalter finden, die aber ultraverzweigt sind. Äh, und ich finde die nie. Also, ich habe dieses Hub noch nie im Leben fertiggestellt. Nur mal so als kleine Voraussicht, was folgt. Ja. Ich kenne zwar die nächste Hub trotzdem schon, aber die habe ich bisher noch nie ehrlich erreicht. Sondern zu der habe ich bisher immerhin geschnitten, weil ich halt die hier noch nie abgeschlossen hatte. Deswegen, äh, erwartet uns also viel Spaß, viel Sucherei und, ähm, das, was Hexen aufmacht. Viel... Besuche nach dem Sinn im Leben. Oder vielmehr in der Map. So, das hier ist nämlich der endgültige Raum. Hier müssen wir später rein. Oha, tudo a ver. Ah, wo war das? Können wir hier was kicken? Nein. Genau. Hier, diese sechs Dinger. Die sechs müssen alle leuchten. Was unser Verlass geschafft hat, ist mein King. So. Ah, sieht ihr? Jetzt hat, jetzt, jetzt kommt diese grüne Verfärbung. Ähm. Ach, so kommt man, lol. Ich suche diesen Weg immer wieder. Weil irgendwas gibt es hier. Naja, wir sind jetzt immer das Verlust, habe ich es vielleicht auch noch nicht gefunden. Ähm. Äh, jetzt? Kann sein, dass das Feuer schneller geworden ist? Äh. Äh. Hilfe. Äh. Wollt ihr mich gerade verarschen? Alter, wo geht's denn hier hin? Hilfe! Das ist jetzt der komische Zirkel hier, oder? Dieser Zirkel auf... Achso. Ja, wow. Scheiße, wie kam ich denn jetzt hin? Nice. So, da muss man normalerweise hin. Aber irgendwie, also normalerweise zuerst, oder... Ich bin bisher immer zuerst langgegangen durch das Wasser. Das war die dümmste, die ich hier hatte. Achso, okay. Der Weg kommt normalerweise... Wo ist jetzt hier der verfickte Hosensohn? Da! Achso, wir müssen jetzt noch die erledigen. So, wie man gerade gesehen hat, haben wir gerade grünes Mana bekommen. Das heißt, wir kommen hier auf unsere dritte Waffe. Oder besser gesagt, unsere zweite zusätzliche Waffe. So. 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 das komische trippe getritt naja die menschen sehr unterhaltsam sind diese scheiß völkern aktiv okay schon mal sobald man hier durch dieses ding wo hier wo 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 Ah, das ist ein bisschen ... 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 rot als grün und blau halt eben für die waffe die er halt doch beides braucht hatte ich ja klar ich bin doch wieder hier ach die komplett von unten da leck mich doch ich dachte einer kommt von oben so wenn aus der gleichen richtung kommen kann man nämlich beide hochschulden am spieß aufhängen ich habe immer wenn man weiß was immer erwartet ist es gleich leichter so war eigentlich kann ich nicht gespeichert die feuerdings haben auch aufgehört hier oben ich komme raus okay einfach mal nach rechts gehen na gut ich muss mal sagen folge schon über länge nächste folge bitte hier